Dann betreten wir die Schleierburg. Die Kobolde kotzen mich so sehr an. Das ist die Schleierburg. Eine aller Alleiden. Gruft wieder. Oder Alleiden. Höhe. Durchsucht die Rekruten. Einer von Irons Agenten ist verkleidet unterwegs. Verdammt. Sie sind hier. Jo, grüßt euch. Bist du nicht ganz beisammen? Ah, Rückzug. Gut. 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 Es war klar, dass ich das nicht schaffe, ey. Ohne Mist. Quatsch, die kommen alle auf mich zu. Idioten, lasst sie nicht entkommen! Sei da dran. Was ist denn jetzt hin, ey? Das war, glaube ich, auch eine Gruppeninstanz hier. Da hilft auch meine gute Rüstung manchmal nicht mehr aus. Okay, weiter. Was ist denn, ey? Hat die dreckige Katze etwas zum Spielen gegeben? Oder hat sich Iron selbst die Hände schmutzig gemacht? Hat sie wirklich gedacht, sie könnte heimsegeln und wir würden uns alle unterwerfen, während sie Mischling und Bestien dazu einlädt, in unseren Städten herumzutollen? Nerren! Unerheblich! Mit der Hilfe von Merunes Dagon werde ich die falsche Königin beseitigen und die wahre Herrscherin unseres Volkes sein. Ich bin die Schleierkönigin! Ah! Okay, noch mehr Pischer. Iron's Spion ist hier! Erledigt dieses Ungeziefer! Chill doch mal ein bisschen. Okay, erst mal checken, wie viel das sind. Eins, zwei, drei. Nahkämpfer, Magier. Ach nee, Nahkämpfer. Dann werfe ich mich mal auf den Magier. Okay, okay, okay. Das gibt's doch nicht! Verdammt, der. Das sah so gut aus. Alter, scheiße. Was heißt das? Das nächste Mal noch besseres Equipment und besser skillen. Das Problem ist, das, was ich vorhabe mit meinen Skills, kann ich jetzt noch nicht skillen. Die müssen erst mal auf 20 gelevelt sein. Ich hätte das schon sonst vorher gemacht. Hochgelevelt, aber nein. Wo kommen denn die ganzen Bücherregale her? Ich glaube, hätten wir uns tot gelesen. Ja. Branderfisch. Wo bist du? Komm bloß, komm bloß ran, ey. Arschloch. Blödes, mieses Arschloch. Jihau. So, na, jetzt gehört uns ja alles alleine. Kenn mich mal. Die scheiß Schleiertypen. Ah, fuck. Wow, wow, wow. Einhändig. 30. Kann ich die verzaubern jetzt sofort? Blammenschaden. 4,0. Okay. Also, hat die selben Werte fast, ich weiß. So, hier hatten wir glaube ich schon gelesen, aber da noch nicht. Nee, da hatten wir auch noch nicht gelesen. Ah. Ich muss mir das mal... Ich muss mir das mal aneignen, mit Alt zu beenden. Weil ich jedes Mal Escape drücke. Okay. Gehen wir noch schnell herüber. Bis hier bin ich auch nicht gekommen. Ah. Jetzt reicht es schon, wenn ich mich wegbewege. Aber hier waren wir aber. Okay. Das ist aber eine kleine Mini-Axt, ey. So, da muss ich irgendwie hin. Aber hier will ich nochmal reingucken. Wann kamen wir von hier? Oder ist das ein Lager? Ja, wir kamen von hier. Jetzt können wir mal wieder hier rein. Und da sind wir dann beim Ausgang. Gut, verstanden. Da bin ich dann wohl aufgeflogen, würde ich jetzt mal meinen. Ach, das wurmt mich. Warum bin ich dann schon wieder gestorben? Das war ein guter Kampf. Ich habe das echt durchplant gehabt. Ein Magier. Dann waren zwei Krieger. Aber ich hatte wieder zu wenig Mana. Das war das größte Problem. Ich habe wirklich dieses Mana-Problem. Und das löse ich nur mit Equip. Aber ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit jedes Mal wieder anfangen, die Glyphen auf dieses Equip zu machen. Wobei eigentlich, ich bin ein guter Schmied. Na ja. Das war hier auf jeden Fall irgendwie raus. Äh, was ist ein guter Schmied? Ein guter Glyphen-Hersteller. Da bin ich auch schon relativ gut gelevelt. So, und wie bin ich jetzt aufgeflogen? Das würde mich mal schön interessieren. Kannst du mir das sagen? Achso, nee. Ein Charakter kann mir das nie sagen. Alter. Ich dachte, Vincent, du fällst ins Wasser. So, macht's gut. Ihr Löschen. Ich bin so aufgeflogen. Zum Große. Boah. Was kommt davon? Ich bin so auf jeden Fall, ich bin so auf jeden Fall. Ich muss auch eure Hilfe. Kamerad, ich habe eine dringende Nachricht für euch. Was ist? Gildenmeisterin sieht alle Farben, möchte euch schnellstmöglich sehen. Sie sagte, das Tagebuch hätte etwas über einen Vivicus enthüllt, was auch immer das ist. Sie erwartet euch in der Gildenhalle. Okay, Magiergilder ist das glaube ich. Ihr findet sie in der Halle in Eldenwurz, Kamerad. Mögen die acht über euch wachen. Hat sie gesagt, was vor sich geht? Ach nee, das ist Kriegergilde. Keine Ahnung. In der Halle munkelt man, sie würde Tag und Nacht an einem geheimnisvollen Projekt arbeiten. Ich habe sogar Schriftgelehrte der Magiergilde dort herumlaufen sehen. Ah ja, weil diese Sachen halt verschlüsselt waren. Dieses Dokument, was ich da gefunden hatte. Ah, gut. Ras hat begonnen, sich Sorgen um euch zu machen. Wo ist, äh, Sippenhochfürstin Estra? Beruhigt euch, mein Freund. Sie ist drinnen bei der Königin. Sie üben für die morgige Talmotshermonie. Kein Grund, sich zu sorgen. Ihr versteht nicht. Estra ist die Schleierkönigin. Wirklich? Seid ihr sicher? Falls ihr euch irrt und sie derart beschuldigt? Das, ihr müsst mir vertrauen. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Schleierrat gesprochen hat. Dann bringen wir diese Sache zu Ende. Kommt bitte, Rasumdar. Los, go, 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 go. Komplett wenn ich stehe. Yeah, bitch. Dann mal los. Wir müssen dem ein Ende setzen. Meine Königin, dieser Herr entschuldigt dich. Wir müssen sofort mit euch sprechen. Was hat das zu bedeuten? Was ist hier los? Wer hat die Katze hier reingelassen? Unser Freund hier wird euch alles erzählen. Bitte sprecht schnell. Das könnte für uns beide sehr schlecht sein. Verzeiht, meine Königin. Aber ihr seid hier in Gefahr. Ich weiß. Deshalb hat Ras euch gebeten, dem Erbe nachzuspüren. Nein, euer Majestät. Estra ist die Schleierkönigin. Die Schleier? Ihr scherzt doch wohl. Ich habe den Schleierrat besiegt und seine Anführerin gesehen. Estra hat Magie angewandt, um sie zu kontaktieren. Estra beherrscht doch gar keine Magie. Sie ist entkommen, euer Majestät. Es ist alles bestens, mein Agent. Ihr habt dem Dominion heute einen großen Dienst erwiesen. Da Estra enttarnt wurde, fällt nun der Schleier. Ich werde ihrem Gesinde und ihren Wachen nachspüren. Wir werden sie zu Fall bringen. Ihr habt... Estra muss dafür bezahlen. Ihr wollt, dass ich Estra aufspüre? Es ist eine etwas subtilere Angelegenheit. Mein Zug wird mich durch Morgenrot führen. Doch meinen Augen zufolge ist der dortige Stiftsvogt Sinyon ein Unterstützer des Schleiererbes. Falls Estra geflüchtet ist, könnte sie dort Verstärkung finden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Geht nach Morgenrot und sprecht mit Sinyon. Seid dort meine Augen und vergewissert euch, dass die Stadt sicher ist. Okelmo ist bereits nach Ersthalt weitergezogen, um dort seine Vorbereitungen zu treffen. Ich darf nicht zulassen, dass Estra den Zug behindert. Rasumdar und ich haben viel zu besprechen. Ich werde mich vergewissern, dass Morgenrot sicher ist. Eine neue Rüstung. Sie ist doch besser. Alter. Ja, eigentlich sieht die Combo gar nicht so schlimm aus. Aber auch jetzt auch nicht so toll. Ja, macht's gut. Einmal geschaut, wo ich jetzt überall hin muss. Komm, zeig mir mal die... So, I am there. I need to be there. Recht mit Stiftsvogt. Zum Große. Hallo. Muss ich irgendwie zurück hier irgendwo? Also zurück muss ich auf keinen Fall. Das, 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 das... Ach da. Okay, er spricht mit Gildenmeisterin. Da gehen wir jetzt hin. Ah, wie viel Geld habe ich denn jetzt mal? 5000. Okay, noch 12.000 fehlen und dann kann ich mir ein Pferd kaufen. Endlich. Ich habe noch nicht einmal mit der Axt so wirklich gekämpft. Wie soll ich denn auf irgendeinem Kampffeld bestehen, wenn mein Manaverbrauch zur Zeit zu hoch ist? Unglaublich. Unglaublich, Widali. Unglaublich. In Ordnung, ich bin bereit, nach Gratwald zu gehen. Das war mir schon wieder zu langsam. Deswegen, wenn die Pausen zu groß sind, dann wollte ich immer gleich weiterlesen. Weil ich höre ihr zu und lese jetzt nicht immer mit. Sondern höre ihr meistens nur zu. Und wenn dann so eine große Pause ist, dann rede ich ihr rein. Oder ich rede den Text mit. Was ist eigentlich Gratwald? Die Region ist das südliche Herz des großen Forsts. Und der Waldelfen. Na ja. Halt den Check. Wo sind wir denn? Sind wir noch in Auridon? Bin hier? Ne. Hier. Zirodiel. Bin hier nirgendwo... Ach ja. Gratwald ist das direkt. Okay. Braucht ihr eine Überfahrt zwischen Auridon und Gratwald? Ich habe ein Abkommen mit ein paar Freibeutern. Sie bringen uns kostenlos hin. Alter, nee. Wir wollen jetzt erstmal die Insel fertig machen. Ne. Was ihr eine Überfahrt zwischen... Ne. Das machen wir jetzt nicht. Das sind wieder viele Quests. Die will ich dann in Ruhe machen. Aber jetzt will ich erstmal... ...meinen Questflow in Auridon weitermachen. Und wir müssen mal da jetzt hin. Es ist rum wie numm. Ich denke, ich laufe einfach so weiter. So, ich laufe schon mal vor. Und wir sehen uns dann am... ... ... ...